Auf dem Weg Hey, was geht ab Leute? Wieder Tati am Start, Alex kommt auch später, beziehungsweise schon da. Heute schauen wir Bordeauxplatz nur, ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Ich will versuchen, auf Level 30 zu kommen. Die Jungs haben hier gewettbelaufen. Mal schauen, wer da mehr Erfahrungspunkte bekommt. Schauen wir mal, was da alles so passiert beim Bordeauxplatz. Das ist gutes Wetter, also wieder mehr Leute da. Ist schon nicht schlecht. Es geht ja wieder ab hier. Voll ab, wenn das Wetter, zack, geht gleich wieder los hier. So ist das. Ich sag ja, Pokémon ist nicht tot, man. Das ist nur wetterabhängig alles. Ich war gestern Abend zum Beispiel nach der Arbeit auch noch mal kurz hier, eine halbe Stunde. Auf einen Glücksei. Da waren auch noch zehn Leute oder so da. War okay. Noch einmal drei Lochmusüle noch bekommen und eine halbe Stunde, zack, ab nach Hause. Schlecht. Nach der Arbeit. Da war das halb zwölf. Sieht gut aus. Dann kann ich ja jetzt weit endlich loslegen. Ich musste gestern und vorgestern ein bisschen Pause machen, weil ich sonst über 30 gekommen wäre. Wie viele Punkte hast du? Wie viele noch? 4.000 oder so. 4.000? Das klingt ja locker. Ja eben. Alter, ich hätte es am Freitag auch schon geschafft. Ja klar. Und du hast dann eine Woche dann gepackt, gell? Nee. Barisch so, ich brauche sicher zwei Wochen oder so. Barisch braucht zwei Wochen. Barisch sport sicher vier Wochen. Ja, ich bin ja auch jetzt Level 29. Hast du jetzt geworden schon? Bin ich schon geworden, ja. Schlecht. Und ich bin meinem Ziel auf 31 echt nähergekommen. Also meine... Ich dachte, du musst Punkte sammeln für die Wette. Ja. Also ich schaffe safe, ich schaffe safe 31. Safe. Habe ich mir alles auch schon gesagt. Ich schaffst ja auch. Ich habe Angst gemacht. Abwechslung keine Chance. Er wird die Wette auch vergeben. Ich habe seine Motivation gesehen, man. Wir waren mal Hollow Park. Ja. Es waren so random auf einmal drei Lockmodule an. Ja. Er wollte nicht dort hingehen. Echt jetzt? Ja. Er wollte weiter mal Hollows jagen. In einer Stalle, oder so? Da habe ich direkt gesehen, er wird es niemals schaffen. Keine Motivation hat der Junge. Schafft er auch nicht. Ich bin einfach ein zu krasser Gegner, oder? Ja, für die Leute. Bist du schon? Noch nicht. Aber bald. 250 Punkte noch. Was noch? 250 Punkte. 250 Punkte? Ja, das sind zwei Pucken und so. Die magische 30 erreicht, oder? Oh mein Gott, da gibt es echt krasse Sachen, Mann. Glücks, Eier. Geht schon. Kann ich 13 Kilometer Eier wieder machen. Hast du welche? Ja. Nice. Ja, ne. Weißt du, wie viel da oben geht? Nice, so nice. Und wenn du drauf guckst. Ah. 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 Mein Gott, es kommt nix. Was ist da los? Da war doch gerade ein Fleckmon. Oder hast du das schon? Nee, das bin ich nicht gekommen. Ich bin gerade da ein Fleckmon eingegangen. Ah, da ist es. Fleckmon und Tentacher. Tentacher. Hast du doch ein Pokémon und alle vier Stops einsamen, oder? Da hast du es auch. Vier Stops sind 200. Oh mein Gott, du hättest nur vier Stops einsamen müssen. Kein Problem. Jetzt ist das letzte, oder? Oh mein Gott. Nee, ein bisschen über 200. Ein Stopp noch danach oder sowas. Oder ich hätte halt Great Curve Bow oder so werfen müssen. Oh mein Gott. Er hat versucht sein letztes mit Curve Bow zu werfen. Und? Hat er es? Oh mein Gott. Nidoran-Männlich, hast du es gehört? 12 Kilometer weniger. Vielleicht soll es doch lieber der Nidoran werden, ne? Oh, der Exzellent. Oh mein Gott, Nidoran-Männlich. Er wird es vielleicht, oder? Hast du es schon? Nee, ich habe den Exzellent geworfen. Da bist du jetzt, oder? Oh mein Gott. Da ist er. 30, oh mein Gott, okay, das ist die Entschelent. Das ist auch die Saftung. Okay, Baris sagst du, du schaffst es nie in einer Woche. Er hätte es locker geschafft, sogar schon am Freitag. Ja, Mann. Baris, das ist für dich, Mann. Du schaffst es vielleicht nicht, aber er hat Hunger auf jeden Fall. Baris schafft es sicher nicht, Mann. Ja, Mann. Er ist N schlecht geworden. Der Eier hat irgendwo... Wo Eier hat er noch rum? 28, oder? 28, Mann. Alter, 28, N-Skongel. 28, das ist ja ewig lang her. Und er war so einer der großkürzigsten. War der krasse, Mann. Okay. Jetzt ein paar Eier anmachen hier. Nee, nee, nee. Das ist falsch, falsch. Start incubation. Oh, yes. Oh, yes. Okay, ich habe zu viele Items jetzt, Mann. Echt jetzt? 618. Ich habe 68 zu viel über meinem Ding, Sortiment. Ja, aber die hast du ja reinbekommen. Ja, aber... Das kannst du nichts mehr nehmen. Ja. Ich weiß nicht, was ich ausmisten soll. Das hast du vergessen. Du hast ja allein schon 30 Ding bekommen. 30 Schüberbälle. Du misst halt deine Tränke aus, oder brauchst du die? Ich bin krasser Agena-Kämpfer, Mann. Echt jetzt? Oh, mein Gott. Warum ist alles jetzt? Es ist gerade ein Bad des Entwern aufgetaucht. Bei mir 1,8. Höhe und was? Bei mir 1,7. Irgendwas. 1,8. Ich fahre mal. Gleich Schüberball. Wenn man noch gut attacken hat, dann kann man den so in den Kampf einsetzen. Scheißegal. Ihr wisst, ich push nicht. Der könnte sogar in meinen Top 15 Hydro-Pumpe. Und was noch? Konfusion. Ja, das passt schon, glaube ich. Oh mein Gott, der will so nicht drin bleiben. Schauen wir mal. Combat Power. Mein Gott. Mein sieb... Nein, ey. Ich habe schon einen stärkeres Entwern. Echt? Mein siebtstärkstes Pokémon. Was heißt Goldlack? Ja, wegen Entwern. Ach so heißt es auch? Oh mein Gott, der will so nicht drin bleiben. Okay, flip aus. Nein, nein, superball. Oh, ich habe wirklich. Mein siebter oder achter Ball schon. Und immer noch zu. Der Kampf geht weiter, Mann. Es ist egal, wir haben ja genug Items, oder? Aber Hyperballe sind wir nicht wert, ich habe schon drei geworfen, oder vier. Ah, er ist drin, perfekt. Was geht mit der Wette, hast du noch Hoffnungen? Hoffnungen? Die sind immer da, Mann. Habt ihr irgendwas krasses gefunden? Nein, ein fettes Endgrund kam, aber das war es. 1,7 Euro, aber unbeeindruckende Alves. Bei mir 1,8 Euro. Und sonst nichts? Nichts Besonderes noch. Ich farme halt die ganze Zeit, ich farme, ich farme, ich farme. Hörst du? Hörst du es? Ja, ich hör. Alex, ich habe keine Angst vor dir. Ich weiß, welches Level ich bis dahin schaffe. Ich habe keine Angst vor dir. Das ist schön. Und sogar am Ende, nach dieser Wette, habe ich ernst viele Pokémon, aber krasse. Also, da habe ich 3 Sazenia, 3 Giflors, Lamos ohne Ende, aber gute, keine schlechten, Mann. Der ist ja hier auf Platz 1 gesetzt. Wir haben hier einen Pokémon in der Nähe, ich habe noch keinen. Ich habe einmal einen gesehen, aber der ist geflohen. Die versuchen wir jetzt mal zu suchen. Oh mein Gott, Alter. Was? Jetzt kommen die so, es geht nicht mehr. Oh mein Gott. Schau hier. Okay, die Leute wissen es anscheinend. Nein, sieht hier. Wo? Wo die Fragezeichen sind, sind es ein Pokémon. Ja, okay. Ja, dann geht doch. Einer fällt eingeholt. Ja. Wie ist das? Die Leute bewegen sich ohne irgendeine Ahnung zu haben. Ja doch. Schau, siehst du die Fragezeichen? Ja. Bei ihnen Fragezeichen sind ein Pokémon. Das sind aber wenige Fragezeichen. Ja, deswegen ist es ja gut für uns. Es können nicht viele Leute in Fragen kommen. Wenn wir das nicht mehr fragen, dann kommen wir die Fragezeichen. Da vorne links oder da vorne rechts? Ich glaube, es ist da vorne links. Okay, bei mir wird es nicht mal in der Nähe gezeigt haben. Doch, doch, bei mir schon. Wie kannst du eigentlich spielen ohne Internet, ohne Dimi oder Johan? Ich habe mir ein neues Internetcode. Oh. Muss sein. Wir müssen uns aufteilen. Geh nach rechts Tati, wir gehen nach links. Was? Das ist hier, oder? Ja, das Polygon soll ein hilfliches Tier gewesen sein. Da ist das weg. Das ist doch gerade aufgetaucht. Guck da zu. Was? Guck da zu. Jungs, ich glaube, das ist noch bei mir bei. Bei mir auch nicht. Ich glaube, das ist noch auf der anderen Seite. Dann ist es auf der anderen Seite, komm. Oder ist das weg? Nee. Das kann nicht wechseln, das ist doch gerade aufgetaucht. Das sind 15 Minuten. Ja, man ist auf jeden Fall auf der anderen Seite. Ist es bei dir wieder da? Ja. Ja. Okay, bei mir wird es jetzt auch mal gezeigt. Ja. Okay, dann kann es nur da sein. Weißt du wo? Ja. Dann kann es nur da sein. Wo? Links, oder? Nein, geradeaus. Dann? Da ungefähr bei der Wurzike. Jetzt gehen da auch alle hin. Oh mein Gott, es ist gut. Oh mein Gott. Was ich gemeint habe, ich war in einer Level 10erin. Ich war der unterste. Ja, ja. Mit 2000. Einer hat dich rausgekickt, dann ist einer reingegangen. Einer hat dich rausgekickt, dann ist einer reingegangen. Ja, ja. Wie funktioniert das? Wie passt das denn? Wohin gehen wir überhaupt? Wir gehen doch auch alle hinweg. Wahrscheinlich ist es der Spot hier rechts um die Ecke. Da wo Slimer und immer so waren, Mann. Oh mein Gott. Waren hier Slimers? Ja, da war mal ein Slimer hier um die Ecke. Oh mein Gott, nee. Da war ich mit Barisch hier, stimmt. Oh mein Gott, wie die ohne mich gehen. Aber echt, Mann. Das war schon ewig lang her, Mann. Und zweitens, mit Barisch würde ich echt nie wieder auf die Ecke gehen. Da warst du auch nicht so süchtig, oder? Ich würde echt nie wieder mit Barisch alleine auf die Ecke gehen. Was er letztens abgezogen hat, geht gar nicht, Mann. Aber echt, Mann. Echt voll die linke Gotte, Mann. Das hat er gemacht. Viel zu weit weg. Geh? Dafür, dass es da hinten schon angezeigt wurde. Ja, ja, 200 Meter, Mann. Das ist viel zu weit. Schau mal, das nächste Bucke. Wo du hingehst, ist hier. Das ist nicht mehr bei Sidelings, Mann. Das kann es nicht sein. Ja, in die andere Richtung. Wo soll es denn sonst sein? Wir haben doch schon alles geschaut. Ja, da und hier links. Ja. Da links oder da rechts? Links. Da links. Ja? Ja, keine Ahnung. Hier ist es sicher nicht mehr. Warte, warte, warte. Die Wörter bleiben oben stehen. Warte, warte, warte. Das ist echt zu weit, Mann. Das wäre uns nicht mehr angezeigt worden da hinten. Das Bucke ist aber dann nach rechts wahrscheinlich. Ja, beim Hypopack, aber das... Komm, müssen wir mal... Oh mein Gott. Porygon, Pucano. Porygon, Pucano. Porygon, Pucano. Und du plattestierst. What's up, Mann? Ja, es ist voll schönes Wetter, Mann. Heute geht's älter. Da hinten, sagt er. Da hinten. Ist es da mit dir? Nein, da vorne ist es. Aber gleich habe ich es. Morgen hat vielleicht sein erstes. Oh mein Gott, wenn wir da was zu Ende sagen. Ich habe da mal ein zweites. Da hinten ist es gut. Jo, danke. Okay. 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 Und dann abbringst du mal an. Habe den nicht an der Richtung. Du Pucano, Alter. Und? Und? Also bei mir ist noch nichts. Ja, komm. Die stehen ja auch noch weiter weg. Ja, das muss hier sein. Also bei mir ist noch nichts. Aber deine Map ist endschlecht, Mann. Na, warum denn? Du kannst doch nicht alle Dinge abklappern. Ist es bei dir da? Da in der Ecke ist es. Okay. Ja, ich habe es auch. Hast du es? Oh mein Gott. Nein. 662. Muss immer ein bisschen weiter gehen. Hey, warum willst du immer ein neues Handy haben? Oh mein Gott, da ist es ja. Nie. Was ist es bei dir? Nie. Wann kannst du denn ein neues Handy haben? Oh mein Gott, es ist ausgebrochen. Okay, bei mir habe ich es gefahren. Mit was? Mit einer Hyperball. Echt jetzt? Du verschwendest gleich eine Hyperball dafür, was? Ja, Mann. Berge, Hyperball, alles, Mann. Der wäre schon da. Der kriegt alles von mir, Mann. Hast du es gefangen, Hom? Es locket noch. Ja, los geht's zum Fugano. Auf geht's. Ja, los geht's zum Fugano. Nicht gleich. Wir waren hier gerade beim Fugano Park auf der Suche nach einem. War kein Erfolg. Das zweite Mal, dass wir hierher gekommen sind und nicht so pront ist. Keine Ahnung. Es ist ja echt eine Stunde hier zu warten wegen einem Fugano. Bleibt schon ein bisschen heftig. Ja. Wir haben ein paar andere Fugano-Spots vielleicht entdeckt. Ja. Vielleicht schauen wir da mal vorbei. Ja, Mann. Vielleicht schaffen wir das. Die nächste Woche oder so. Schauen wir mal. Ja. Er kennt sich schon aus, Mann. Oh mein Gott, Alex. Ja, der Ratte mal. Du hast gestern noch gesagt, du kannst nicht auf Bordeauxplatz kommen. Oh mein Gott. Weil was? Oh mein Gott. 29 plus 2 ist 31, oder? Darf ich mich kurz erklären? Was ist 29 plus 32? 31. Richtig 31. Achso. Aber dann hat er geschrieben, kommst du mir Juicy. Ich schreib ihm das. Er schreib mir nicht zurück. Oh mein Gott, Barrel. Du bist du nicht. Er schreit's doch nicht so. Er schreib mir nicht zurück. Ja. Schrei noch kurz, dann hat er Pfad auch hört. Ja, weil er meinte, du bist bei deinem Onkel oder so. Ja, und dann? Oder relax am Bordeauxplatz. Und dann wollte ich... So ein Scheiß. Ja, ohne Scheiß. Warte, ich hab Informationen. Er hat eine Information. Und dann? Dann wollte ich dich rufen, aber dann warst du um diese Woche. Oh mein Gott. Dann dachte ich mir, komm, wir sind Juicy. Lass mal Bordeauxplatz gehen. Vielleicht sehen wir Tapje und Hong. Und dann sehe ich dich. Oh jeder, Mann. Skalab, Jungs. Ich weiß, wenn ich gerade... Ich weiß, wen ich noch gesehen habe. Wer? Theo, Mann. Wer ist Theo? Geblondet. Okay. 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 Alex, hast du Zeit? Gib mal Powerback. Ich hab echt keinen Akku mehr. Oh mein Gott. Willst du auch Pokémon vor? Hey, Digga. Kann ich mit Pokémon jagen? Wie ist mein Beutel voll? Ich hab mein Handy zum Einschicken gebracht für die Reparatur. Kannst du was machen, dass es ein bisschen schneller geht, oder? T-B-T-Realtalk, oder? Na, Spaß. Na, Hong und Jogio. Ah, du bist hier on tour, gell? Ah, ich arbeite wirklich. Spinner. Pass auf, Mann. Er hat dem Afghanistan die verrückten Sachen angedreht. Bruder. Doch nicht vor Kamera, Mann. Ohne Witz. 190, oder Pecky? 2 Abfus noch ein Trattini. Ja, ernst geil. Wo, wo? So, ich fange einfach alles mit Ding, Mann. Alles mit Plus, Alter. Bei seinem niedrigen Level ist das auch kein Problem. Aber bei 580 muss man schon den Hüferball benutzen, Alter. Oh mein Gott, die Schatz feiert, Alter. Von Hong-Wall. Warte, warte, schon die Uhr. Der Tatsch, okay? Bam, Digga, Ding ist ewig. Ich hab nur 137 Pondons, Mann. Was ist das für ein Scheiß? Das war 172, sehr geil. Danke für die ganzen Informationen für heute, Alter. Ich weiß Bescheid. Gerne, gerne, wenn ihr auch ein paar Verträge wollt. Autoshof Münchner Freiheit. Da werdet ihr nicht abgezogen. Man muss hier lang, da lang, was? Ja, Mann. Ja. Krieg's Samstag vielleicht? Sehr wahrscheinlich selbst. Warte, ich fahr mit dir. Ich muss schnell nach Hause. Okay, dann bis gleich. Wann? Hey, Tati. War wieder geil, Mann. Tati. Das war's von uns wieder. Ich hab's endlich Level 30 geschafft. Und die anderen haben ihre Wetter verlaufen. Mal schauen, wie die ausgehen wird. Bleibt dran, um das herauszufinden. Ansonsten schreibt unten in die Kommentare, welches Level ihr seid. Und wie immer, checkt unsere anderen Videos ab. Liken, Subscriben und abonnieren nicht vergessen. Checkt unsere Facebook-Seite natürlich ab. Und vergesst nicht, Pokemon is serious business.